Hallo, schön, dass Du wieder da bist zu meinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für Dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Deming, psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich wünsche mir so sehr für Dich, dass Du die Liebe im Leben geschenkt bekommst, die Du verdient hast und dass Du eben lernst, Dich nicht mehr in destruktiven Beziehungen aufzuhalten, sondern Dir ein freies und selbstbestimmtes, liebevolles Leben kreierst bzw. vielleicht zurückholst. Also raus auch mit Dir aus Deinen toxischen Beziehungen. Aber das ist immer so leicht gesagt. Nächste Woche habe ich im Podcast Thomas. Thomas ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer und er ist an eine verdeckte Narzisstin geraten. Um das alles nächste Woche gut verstehen zu können, möchte ich Dir in dieser Woche schon mal Gründe zeigen, warum Du nicht die verdeckten Narzissten sofort enttarnen kannst. Also ein Stück weit sind sie tatsächlich der Wolf im Schafspelz. Aber warum fällt es uns so schwer? Schauen wir mal genau hin. Verdeckte Narzissten kommen sehr leise daher. Sie sind bescheiden, häufig ein bisschen introvertiert, eher unauffällig und sehr schüchtern. Gleichzeitig bringen sie aber auch eine sehr liebevolle, sehr verständnisvolle, sehr mitfühlende und auch hilfsbereite Art und Weise mit sich, die Dich am Anfang überhaupt nicht hellhörig werden lässt, dass es sich hierbei überhaupt um Narzissmus handeln könnte, weil sie so null egozentrisch, egoistisch oder narzisstisch wirken. Sie finden Dinge toll, die Du auch toll findest. Sie schenken Dir Aufmerksamkeit. Sie schenken Dir ganz viel Zeit. Und auch hier kommt es schon in den ersten Beziehungsphasen zu einer Seelenverwandtschaft beziehungsweise zu einem Gefühl der Seelenverwandtschaft. Und ja, vielleicht bekommst Du kleine Aufmerksamkeiten, kleine Geschenke, um Dich besser kennenzulernen. Und Du hast erstmal den Eindruck, wow, die tun ja super viel für mich. Und das ist ein Mensch, der so sehr gerne gibt und für mich da ist und mich versteht und ähnliche Dinge vielleicht durchgemacht hat, wie ich. Und so hast Du erstmal den Eindruck, dass es sich hierbei um einen sehr liebevollen, einfühlsamen Menschen handelt. Doch mit der Zeit merkst Du, dass diese Person immer mehr Probleme bekommt. Und weil sie ja in der Anfangsphase so viel für Dich getan hat, möchtest Du nun zurückgeben. Und jetzt möchtest Du ihr oder ihm, je nachdem, ob die sich um eine verdeckte Narzisstin oder einen verdeckten Narzissen handelt, ganz völlig genderneutral, hier ist es überall zu finden, diese Art des Narzissmus bei Frauen als auch bei Männern. Und Du möchtest nun eben zurückgeben, Du möchtest dem Partner, der Partnerin helfen, Du möchtest sie retten, Du möchtest ihre Probleme lösen, Du möchtest, dass es wieder so leicht wird wie am Anfang und eben auch für Deinen verdeckten Narzissen. Doch sehr schnell wirst Du merken, dass Du an Deine Grenzen stößt, weil diese verdeckten Narzissen, die rutschen immer tiefer und tiefer innerhalb einer Beziehungsphase in die Opferrolle. Sie haben ständig irgendein Problem, sie suchen sich nämlich darüber ihre Aufmerksamkeit. Und plötzlich merkst Du, dass eben das, was sie Dir in der Anfangsphase geschenkt haben, sie jetzt automatisch von Dir erwarten. Du darfst Dich jetzt um sie kümmern, Du darfst ihnen nächtelang zuhören, Du darfst sofort zur Stelle sein, wenn sie irgendetwas brauchen, beziehungsweise wenn es ihnen mal wieder schlecht geht. Und Du fängst an, Dir den Poppes aufzureißen. Ja, Du tust alles. Du versuchst, da zu sein. Du versuchst zu verstehen. Du bist ständig erreichbar. Du kümmerst Dich. Du bietest tausend verschiedene Lösungen an. Aber Du merkst, dass es für jede Lösung ein Problem gibt. Immer wenn etwas gelöst wird, entsteht ein Neues. Oder die Lösungen werden abgeschlagen, weil das eben nicht geht. Aus Ängsten heraus, aus, ja, sicherlich wird der Narzisst dort mit seiner Selbstschutzstrategie konfrontiert. Und die Ängste kommen wirklich hoch. Denn der verdeckte Narzisst weiß, dass er Aufmerksamkeit bekommt, wenn es ihm schlecht geht. Das heißt, er hat somit einen fast positiven Krankheitsgewinn und wird immer dafür sorgen, dass er ein Problem hat, dass es ihm schlecht geht, dass es Dramen gibt, dass er das Opfer ist. Und es ist wichtig für Dich als Außenstehender zu verstehen, dass gar keine Probleme gelöst werden sollen. Und hier kannst Du zum Beispiel mal probieren, immer nur zu sagen, oh ja, ja, das ist bestimmt schlimm für Dich. Ja, es tut mir leid, dass Du in dieser verfahrenen Situation bist. Ja, ja, da musst Du jetzt durch, das ist hart. Ja, ich hoffe, dass es besser wird. Versuche mal nicht mehr, Deine Hilfe permanent anzubieten. Das wäre der richtige Umgang mit diesen Menschen. Aber dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, den nicht nur die erfahren, die sich zurückziehen und keine Lösungen mehr anbieten, sondern die auch die erfahren, traurigerweise, die sich wirklich bis ins Letzte ins Zeug gelegt haben, um in dieser Partnerschaft alles für Ihre Partnerin, Ihren Partner zu tun und ständig hilfsbereit zur Seite mit Ihnen gekämpft hat, damit dieser Mensch wieder glücklich wird. Denn was dann kommt, ist der Vorwurf. Du hast nicht genug getan, denn mir geht es ja immer noch nicht gut. Du hast nicht Dich genügend um mich gekümmert, warst nicht zur Seite, hast nicht die Verantwortung vernünftig übernommen für mich, weil es ist schon wieder ein Problem da und es geht mir ja schon wieder schlecht und es ist ja schon wieder schrecklich. Und damit wirst Du diese Erwartungen einem verdeckten Narzisst niemals erfüllen können. Und das ist so unfassbar zermürbend auf der anderen Seite, weil Dir der Narzisst ja auch so unfassbar leid tut und da bei Dir sich ja auch Gefühle von Liebe entwickelt haben und Unterstützung und denen die Bereitschaft helfen zu wollen. Doch Du stößt immer wieder an Deine Grenzen. Es ist nie genug das, was Du gibst und es wird Dir noch zum Vorwurf gemacht, dass Du das Problem, Klammer auf, was überhaupt nicht gelöst werden soll, Klammer zu, nicht gelöst hast. Und der Narzisst zieht sich halt in seiner Opferrolle total zurück und entschuldigt damit auch sein Verhalten, was er Dir vielleicht in diesem Moment nicht an Aufmerksamkeit, Liebe, Nähe oder Verständnis entgegenbringen kann. Gleichzeitig ist es, und das klingt völlig paradox, eine Erhöhung, wenn der narzisstische Part in die Opferrolle geht. Er erniedrigt sich quasi selbst, um sich bei Dir zu erhöhen, dass er mit seinem Leid wichtiger ist als Du, wo Du ja noch einigermaßen stehen kannst oder vielleicht sogar ein glückliches Leben führst oder zufrieden bist. Und durch diese ständige Erhöhung wird in Dir ein Schuldgefühl hervorgerufen. Und zwar wirst Du Dich schuldig fühlen dafür, dass es Dir gut geht, dafür, dass Du Spaß am Leben hast, dafür, dass Du nicht permanent rund um die Uhr Dich um diesen verdeckten Narzissen kümmerst. Das ist super schwer auszuhalten, aber da komme ich später nochmal drauf. In Streitsituationen wirst Du merken, dass bei verdeckten Narzissen plötzlich alles anders ist, als Du es in Erinnerung hattest. Hier werden Ausreden benutzt in Diskussionen und Geschichten wieder anders erzählt und Dir unterstellt, dass Du es falsch verstanden hast, dass Du nicht richtig hingehört hast, dass Du Dich nicht mehr richtig erinnerst. Du weißt, wenn Du schon länger meinen Podcast hörst, das ist Gaslighting vom Feinsten. Und hier ist es super wichtig, dass Du trotzdem Dir vertraust. Denn genau dieses Gaslighting macht einen langfristig schier wahnsinnig. Und wenn Du in einer partnerschaftlichen Beziehung mit einem verdeckten Narzissen lebst, dann traust Du Deiner Wahrnehmung nicht mehr. Fakt ist aber, wenn Du Gespräche mit aufzeichnest oder wenn Du mit anderen Gespräche führst, dass Du Dich dann immer rückversicherst und sagst, hey, der hat oder die hat das doch so gesagt. Da bin ich doch jetzt nicht am Spinnen. Ich habe das doch richtig verstanden. Und er oder sie dreht das doch jetzt wieder rum, damit er oder sie möglichst gut dasteht und eben immer noch das Opfer bleibt, immer noch im Recht ist und sich vor allem bloß nicht entschuldigen muss. Denn das können verdeckte Narzissen eben auch wie die Grandiosen aber mal überhaupt nicht. Wenn sie sich entschuldigen, dann einfach nur dafür, dass sie ja so arm dran sind und dass sie so viele Probleme machen oder dass sie ja ständig in irgendeiner Schwierigkeit stecken. Dafür entschuldigen Sie sich. Aber das soll ja wieder nur in Dir Schuldgefühle auslösen. Und das ist wieder nur eine weitere Manipulationstechnik. Deshalb hier bitte ganz genau hinschauen, wie werden die Entschuldigungen formuliert. Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass sich bei dem verdeckten Narzissen einfach alles nur um ihn oder sie drehen muss. Die Bedürfnisse, die Ängste oder Einforderungen müssen umgesetzt werden. Und diese werden auch umgesetzt, aber oftmals leider auch auf Kosten von anderen wie Partner, Kindern, Familie und Freunde. Sie wollen, dass es ihnen gut geht, dass sie das dickste Stück vom Kuchen bekommen und dass immer irgendwie gesehen wird, dass es noch nicht reicht, was für ihr Wohlbefinden eben dienlich ist. Und so werden auch häufig Kinder dafür verantwortlich gemacht, dass Mama oder Papa glücklich gemacht werden. Der Partner wird dafür verantwortlich gemacht, dass er gefälligst Lösungen und Probleme sich annehmen soll, diese Lösungen bieten soll und dafür auch wieder zu sorgen, dass der verdeckte Narzisst am Ende glücklich ist. Hierzu zählen ebenfalls die Familie, die Ursprungsfamilie, die dafür verantwortlich ist, dass der verdeckte Narzisst mal wieder nicht glücklich wird oder die Arbeit, Kollegen oder auch Freunde. An dieser Stelle möchte ich ganz, ganz wichtig unterscheiden, Ja, es ist in deiner Verantwortung, deine Bedürfnisse zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass du ein schönes und geglücktes und liebevolles Leben führen darfst. Aber nicht permanent auf Kosten anderer und nicht, indem du nicht auch in Selbstverantwortung für dieses Glück, dein Glück gehst. Der Unterschied zwischen gesundem, wenn wir es nennen wollen, Narzissmus oder gesundem Egoismus ist, dass ich für mich selbst in die Verantwortung gehe, selbst für mich sorgen lerne und dafür sorge, dass ich zusehend glücklicher werde und nicht, dass ich andere Menschen in die Verantwortung schicke, dass sie mich glücklich machen, mir helfen, mich unterstützen und mir ein tolles Leben bieten. Verdeckte Narzissen sind nämlich leider, und das ist wirklich schmerzvoll, aber sie werden niemals glücklich sein. Warum? Weil sie brauchen ja ihre Schwere, sie brauchen ja das Leid, sie brauchen ihre Probleme und die ganzen schweren Hindernisse, um bei dir die Aufmerksamkeit zu erreichen. Und das ist unfassbar anstrengend und du kannst dir schon vorstellen, das macht nicht glücklich. Böserweise bestrafen sie aber alle anderen, die glücklich sind und die eben das Leben erreichen, was sie vielleicht auch gerne hätten. Und es werden andere bestraft so, ja, ist ja toll, was du dir zum Beispiel für den Urlaub leisten kannst oder für ein Auto leisten kannst oder für ein Leben leisten kannst. Ich krebs ja hier rum und ich kann das ja nicht. Oder, ja, schön, dass du so eine liebevolle Partnerschaft hast. Ja, da kriegt man als Gegenüber schon einen Schreck und ein, ja, Schuldgefühle, dass es einem besser geht. Aber da gehört gar nicht viel dazu, dass es dir besser geht als einem verdeckten Narzissten, weil da gehört das Schlechtgehen eben zum Programm. Deshalb pass hier bitte, bitte, bitte gut auf dich auf und sobald du das Gefühl hast, dass sich Schuldgefühle entwickeln, streif sie ab, schick sie an den Absender zurück, die haben nichts bei dir verloren. Sei lieber stolz auf dich und freue dich darüber, dass du in der Lage bist, dir ein geglücktes Leben zu schaffen, voller Selbstliebe und voller Eigenverantwortung. Du siehst, verdeckte Narzissten können alle Manipulationstaktiken anwenden. Es gehört da sehr, sehr häufig das Silent Treatment zur Bestrafung dazu, wenn du etwas tust, was ihnen nicht passt. Du wirst plötzlich alleine gelassen, es wird nicht mehr mit dir geredet, du wirst ignoriert, du gehst nicht mehr in die Kommunikation mit jemand anderem und somit bekommst du vor diesen Manipulationstaktiken wie Gaslighting, haben wir schon drüber gesprochen, Ghosting, dass du den Menschen überhaupt nicht mehr erreichen kannst, bekommst du so viel Angst vor den Bestrafungstaktiken im Laufe deiner Beziehung, dass du versuchst, komplett Fehler zu vermeiden. Was dazu wieder führt, dass der verdeckte Narzisst wieder wundervoll für seine Gefühle den anderen Partner so kompatibel gemacht hat, dass es ihm ja eigentlich gut gehen könnte, aber das wird er niemals fühlen, niemals sehen und auch schon gar nicht verbalisieren. Also der andere darf bloß keine Fehler machen und bloß nichts tun, was dem verdeckten Narzissten nicht passt, denn sonst hat dieser nichts zu lachen. Und wenn du dich dann vielleicht anfängst, dich zu rechtfertigen und ja, vielleicht auch einfach es nicht mehr schaffst, diese Schuldgefühle, die dir permanent aufgedrückt werden, auszuhalten, dann kommt ganz schnell auch die nächste Manipulationstaktik, nämlich die Schuldumkehr. Dann ist es plötzlich deine Schuld, dass der Narzisst so oder so reagiert und dann hast du das hervorgerufen durch dein Verhalten, dass er jetzt in dieser Situation ist. Also es geht niemals darum, was der verdeckte Narzisst getan hat, sondern es geht immer darum, was was du falsch gemacht hast, dass der verdeckte Narzisst so handeln musste. Und du merkst schon, also mir geht es so gerade beim Erzählen vom Podcast, ist es nicht unfassbar zermürbend für einen Partner oder eine Partnerin, die sich in so einer Konstellation wiederfindet? Denn Schuld sind hier immer die anderen und da du ja helfen willst, dieses Problem für sie zu lösen, sie aber nie, nie, niemals zufriedenstellen kannst, werfen sie dir das nachher ebenfalls vor, dass du dich nämlich eben nicht genug eingebracht hast, nicht genug gekümmert hast und es mal wieder nicht gelöst hast. Hauptsache, der verdeckte Narzisst muss für sich selbst nicht in Verantwortung gehen. Abschließend möchte ich noch zu einem Punkt kommen, den verdeckte Narzissen sehr, sehr ausleben und der ehrlicherweise am Anfang sehr, sehr sichtbar ist, wenn du diese Manipulationstaktik kennst. Ich glaube, dazu nehme ich auch nochmal eine Podcast-Folge auf, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass das eben auch nochmal die Red Flags erkennen in einer Dating-Phase oder auch in einer Love-Bombing-Phase erleichtern könnte. Und zwar bringen verdeckte Narzissen immer ein passiv-aggressives Verhalten mit sich. Und das ist natürlich ein Schutzmechanismus, um sich selbst zu erhöhen, um selbst wieder dich kleiner fühlen zu lassen und dich selbst größer fühlen zu lassen. Und das wieder mal über eine Opferrolle. Passiv-aggressives Verhalten finden wir in Neidgefühlen. Einerseits ist es ja nicht schlimm zu sagen, ich mache das zum Beispiel total oft, wenn irgendjemand sagt, er fliegt jetzt in ein Urlaubsziel, wo ich vielleicht auch schon längst mal hin wollte, sage ich ganz gerne, mein Neid fliegt mit dir. Ich kann doch mal was anerkennen bei jemand anderem und sagen, hey, da bin ich jetzt echt neidisch, aber sollte ich mir als Motivation nehmen, selbst vielleicht jetzt endlich diesen Wunsch mal umzusetzen und dahin zu fliegen oder daran zu arbeiten, dass ich mir das irgendwann ermöglichen kann, weil gerade die Dinge, die uns neidisch machen, sind ja Dinge, die wir nicht mal eben so mit einem Fingerschnips bekommen können, sondern das sind ja meistens Dinge, wo wir entweder noch unsere Angst haben, wo uns die Mittel fehlen oder wo wir noch an uns arbeiten müssen und man darf durchaus einfach offen zugeben, puh, da bin ich jetzt fast ein bisschen neidisch oder ich bin ein bisschen neidisch, aber ich gönne es dir. Das ist was ganz anderes, als wenn jemand sagt, boah, das ist ja toll, dass du dir so einen tollen Urlaub erlauben kannst oder das ist ja großartig, dass du in deiner Persönlichkeit so weit bist und du merkst, es sind so Doppelbotschaften, die Freude ist beim anderen nicht wirklich zu sehen. Die Freude ist zwar verbalisiert worden, aber weder gefühlt noch echt und ernst gemeint gewesen und das merkst du sofort und was löst das in dir aus? Schuldgefühle und vielleicht ist es sogar eine emotionale Erpressung, weil Mütter können sowas auch total gut, dass sie sagen, ja, ist ja toll, dass du jetzt mit deiner neuen Freundin ständig unterwegs bist, um deine alte Mutter musst du dich ja nicht mehr kümmern, die musst du nicht fragen, ob sie immer noch so schlimm Migräne hat oder ob ihr die Knochen immer noch so wehtun, wo es dann Richtung emotionale Erpressung geht. Also passiv-aggressives Verhalten findet sich in diesem Schuldgefühle einreden, in emotionaler Erpressung wieder, im Abstrafen wieder, wenn du nicht das tust, was sie wollen, dass sie dich dann abstrafen, verurteilen und böse oder gemein zu dir sind, damit du dich schlecht fühlst. Eben halt auch die Schuldumkehr ist definitiv was, was bei passiv-aggressivem Verhalten immer dazugehört und auch Silent Treatment, noch, dass du einfach so lange ignoriert wirst, bis ja, bis du wieder gefügig bist und dich wieder komplett nur um den verdeckten Narzissen, die verdeckte Narzisstin kümmerst. Und hier, auch wenn irgendwelche Dispute auftreten, wenn du dir erlaubst, herauszunehmen, besser für dich zu sorgen, wird es oftmals so sein, dass die verdeckte Narzisstin, der verdeckte Narzisst nicht loslässt, nicht locker lässt. Er läuft hinter dir her, er beißt sich wie ein Terrier hinter einer Wade fest und du kannst ihn einfach nicht abstreifen und selbst wenn du vielleicht sagst hier und dich aus dieser Liebesbeziehung lösen willst, dann ist das jemand, der immer hinter dir herlaufen wird, der immer kämpfen wird, der immer dir aber nicht kämpfen mit in dem Fall du bist wichtig für mich und ich möchte jetzt auch was für dich tun und ich habe was verstanden und werde was ändern, sondern immer über diese emotionale Erpressungsschiene du lässt mich alleine, du bist nicht für mich da und ich brauche dich aber. Verdeckte Narzissten handeln aus einem absoluten Egoismus heraus. Mir geht es nicht gut, deshalb werde ich jetzt dafür sorgen, dass es mir in irgendeiner Weise besser geht, was das mit dem Anderen macht, was das mit meiner Familie macht, was das mit meinen Kollegen macht oder mit meinen Kindern oder mit meinen Eltern, ist mir scheißegal. Ich mache jetzt einfach das, was ich will. Und da und ich denke auch in vielen anderen Punkten, die ich gerade in diesem Podcast erwähnt habe, sieht man doch wieder, wie sehr der grandiose und der verdeckte Narzisst sich doch ähneln. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir nochmal ordentlich die Augen eröffnet haben für verdeckten Narzissmus und ich hoffe und wünsche dir, dass du, wenn du es erkennst, dir dieses bewusst machst und dir erlaubst, dich aus dieser fatalen Verbindung zu lösen. Wenn du da Hilfe brauchst, dann kontaktiere mich gerne unter kontakt at katjademing.com und wir können dort ein Einzelcoaching vereinbaren. Vergiss bitte nicht, wenn du sehen willst, was einem super erfolgreichen deutschen Unternehmer passiert ist, dann schallt auch nächste Woche wieder ein, wenn Thomas in meinem Podcast ist und erzählt, wie er angezogen von dieser so süßen, ein bisschen hilflosen, introvertierten, schüchtern, aber so hilfsbereiten und liebevollen Person angezogen ist und sie dann in ihre Problematiken rutschte und Thomas für sie einfach der Retter sein wollte und der Held sein wollte, wo er sich natürlich am Anfang auch mit gut gefühlt hat in dieser Rolle und er da so blind und Nichtswissen reingerutscht ist, dass es ihn fast sein Ruin gekostet hätte. Eine super spannende Folge, die nächsten Dienstag herauskommen wird. Sei wieder dabei, aber bis dahin sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja. Du bist du ja, ich bin